Ach man, ich bin gar nicht dabei. Ja komm, der hat mich weggefickt. Er hat erst mal gevotet. Gucken wir, alles voted. Alle 10 Votes wurden vergeben. 14 Kills habe ich gemacht. Nice. Achtmal gestorben. Das höchste war bis jetzt neunmal. Nice, nice. Ja, würde ich sagen, vielleicht wir sehen uns im nächsten Game wieder oder auch nicht. Ich werde erstmal eine Zeit lang aufnehmen und vielleicht cutten oder so und dann sind wir weiter. Ich bedanke mich vielleicht bei euch fürs Zusehen. Vielleicht auch nicht. Viel Spaß noch. Ach Alter, ich werde einfach durchwind aufnehmen und dann cutten. Ist viel geiler. Aber das Game macht auf jeden Fall Spaß. Natürlich wäre es cooler mit noch anderen Leuten. Es gibt In-Game-Boys-Chat. Soviel weiß ich schonmal. Wir brauchen noch einen Sniper, einen Tank. Ich wollte am Anfang, ganz ehrlich, am Anfang wollte ich den hier spielen. Äh, den hier. Hanso. Aber der ist, ich weiß nicht. Für Sniper bin ich noch nicht, da habe ich noch nicht dieses Aim hiervon. Weißt du so? Ja komm, Alter. Komm, wir spielen den Hanso. Der soll zwar Ultra-Useless sein. Useless-Champ wird er genannt. Aber ich finde den geil. Aber ich bin halt kein Sniper, Alter. Wenn du normal schießt, triffst du nur im unteren Bereich. Also der fliegt halt so. Ein bisschen höher. Und ich brauche halt nicht nachladen, was ganz nice ist. Du hast mit E so einen Spread-Schuss. Hier gesehen hat. Ähm, ja. Der ist halt nicht schnell. Der hat so einen Dingens-Durch-Wende-Guck-Schuss. Also mit linken Shift. Ich brauche eine hohe Position. Das Problem bei dem ist, Widowmaker zum Beispiel kann sich mit E so an so Gebäuden hochziehen. Der muss halt alles laufen, Alter. Ja. Die zoomt voll, Mongo. In 6 Sekunden kommen die. Ja, Alter. Und der kommt von hinten. Nee, Alter. Das ist einfach nicht mein Charme, Mann. Ich brauche irgendeine Position. Ich muss da oben, wo der gerade war. Da muss ich hin. Ich habe einfach nicht das Aim dafür. Ich mag diesen Spread-Shot. Der ist ganz geil. Boah, ja. Jetzt soll ich wieder einen halben Kilometer laufen. Naja. Ich kenne die, wie gesagt, ich kenne die Maps gar nicht. Also so gut wie gar nicht. Ähm, hier hinten geht die Action. Irgendwo hier. Komm, komm, komm. Alter, ey. Das kann doch nicht sein. Das ist immer dieser... Hurenficker, Alter. Ey, das... Was ist denn das für ein Wichser, ey? Boah. Und der hier ist so langsam. Wenn der die ganze Zeit Dinge spielt, Alter. Ich bin schon wieder von... Irgendwo auf den Sack, Alter. Komm. Ach, das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Boah, der Champ ist scheiße, ey. Ich muss den hier spielen. Der ist ein bisschen mobiler, ey. Boah, bin ich kacke in dem Spiel, ey. Boah, nervt mich das. Na, den finde ich cool. Den kannst du wenigstens was reißen. Mal gucken, müsste ich irgendwas von den Seiten hinterfragen. Oh, das kann nicht wahr sein. Wo kommt denn der... Was hier am neuen Pair, Alter? Hier ist es nie getan. Alter! Überall kommen die Mongos her, Alter. Ich hab keine Map-Vision. Gibt es überhaupt eine Map? Weiß ich gar nicht, ja. Egal, wir facken das, Alter. Learning by Luring, äh, Learning by Doing. Come move, bitch. Ey, ich hab Legs. Hammer geil. Uuuuuh, uuuuuh. Headshot, bitch. Ach, Alter. Immer dieser Bichser, Mann. So Hard kann mir mal dick lutschen, Alter. Seiner hässlichen Ulti, Alter. Ich mein, der ist richtig schwer zu spielen eigentlich. Also, zumindest für mich. Ich hab ihn ausgetestet und... ...bis du die Ulti abhast, Alter. Ich weiß nicht, wie die dat machen. Bei mir dauert dat immer Ewigkeiten. Ah, der ist wieder unverwundbar. Jaaa, pickt euch! Ich kann jetzt... Alter, ich sterb andauernd. Ich bin bestimmt schon fünfmal oder so gestorben, Alter. Drei Kills, Alter. Und sechs Deaths. Wie kann das sein, Alter? Aber das Spiel ist trotzdem geil. Auch wenn ich scheiße bin. Ach, kannst du mir nicht erzählen, Alter. Jedes Mal ist dieser Mongoda. Was ist denn das für ein Wichser, Alter? Rennt der in unserer Base rum, Alter. Vor allem der Damage von dem, ey. Headshots gibt's hier, glaub ich, auch. Glaub ich. Ja, und schon wieder hat er seine hässliche Ulti ab, Alter. Das ist lächerlich, ey. Da machst du nichts gegen. Ja, ich will diese Wichsen-Treecamp nicht sehen, Alter. Er kriegt auf keinen Fall nen Upvote, Alter. Der macht uns gerade alleine, Alter. Ist der Wahnsinn. Und ich treffe auch nichts, ne? Das ist der Wahnsinn, Alter. Das ist der Wahnsinn, Alter. Ja, ich bin schon wieder auf dem Sack, Alter. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich krieg kein Kill hin, Alter. Und die friert mich wieder ein, Alter. Ey, das ist lächerlich. Mein Gott, Alter. Ich bin jedes Mal allein, ey. Ich krieg hier so aus, was da das Spiel wird mein neuer Nemesis. Guck dir das an, Alter. Jedes Mal krieg ich... Auf die Fresse, ey. Ich krieg dich, Alter. Lern erstmal zu ziehen, Alter. Ich hab dich in meinen Augen. Scheiße. Und jetzt ist hier keiner, oder was? Irgendwie luppt das nicht, ey. Oh, dann hier. Lass mal dippen. So, geht's an. So, geht's an. Wie ist das, Alter? So. Fickt hab ich ihn. Ah, und die genauso, Alter. Geil, ne Chance in den Lappen. So. Weg hier. Aber komm schon, Alter. 1,25. Das haben wir verloren. Kommt einer hoch. So, endlich, Alter. Endlich hat er mal gepluckt. So, eine französische Mannschaft. Oh, wie, ne verse. Oh, 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 mein dear. wie, die Ultis. Pff Oh, we, wir haben verloren, Alter. Oh, bin ich kacke, ey. Da haben manchmal noch Frame Drops rein. Hm. Die itchy bitch, ey. Ach, echt jetzt? Das war ja gerade, kurz vor Ende. Die hat 3 Stücke gekillt. Alter, Vater. Ich bin mal wieder nicht am Start, ne. Ganz klar, nicht der denn. Antwort von mir. Nicht der hier, der Wuhan, Alter. Ah, egal, Alter. Ich mag den ganzen Soldier. Der macht Spaß, ey. Acht Kills nur. Sechs Mann gestorben, immerhin. Das ist doch schon mal was Gutes. Objective Score. Ja, wir waren noch im Diffen, ne. Ja, das Spiel ist nicht für mich gemacht. Noch nicht. Noch nicht. Bis ich Pro bin, werde ich da zuchten. Ich weiß euch. Macht halt mega Laune irgendwie. Mit F1 könnt ihr hier die Abilities. Der hat Sprint, äh, Biotic Field, Helix Rockets und Heavy Pulls. Dann gibt es, ja, wir können mal die Chars durchgehen. Wir haben hier, den hier. Die soll auch sehr an, äh, Dingens, an, ähm, ähm, äh, an Retournament erinnern. Mit ihren... Hier, boom, boom. Mit den Rockets. Boom, boom, Alter. Dann hat die noch... Dann kann die hier so oben stehen. Geht auch. So. Dann kannst du hier so auf Fronten walten. Muss aber predikten. Was halt. Okay, mit Rechtsklick schwebt man also. Alles klar. Vor allem, ich weiß nicht. Oh, ein Easy, Alter. Danke für eure Hilfe. Kein Ding, Alter. Okay. Die sieht relativ simpel aus. Zumindest fühlt die sich simpel an. Hier ist mein... Nate. Hat die geheilt die ganze Zeit? Wenn das in-game mal so funktionieren würde. Lass mich hoch. Aber ich will Dinge spielen, Alter. Searching. Okay.